Willkommen zurück, Leute. Wir sind hier gerade bei Hermans Werkstatt und wir gucken uns hier mal geschwind um. Wir reden aber erstmal mit Molly über den Vorfall hier gerade. Also Crawford, wegen diesem Walk in der Gasse. Warum hast du dich entschieden uns zu helfen? Weil sie hat ja auf den eingeprügelt wie eine Kranke und das wurmt mich sehr das herauszufinden warum. Also Crawford. Was denkst du zu Crawford? Nein, nein, keine Ahnung. So wie ich mich interessiert habe, haben diese F***er, was zu ihnen gekommen ist. Nicht viel Sympathie für alle Leute, die hier sterben, oder? Ich habe so viel für sie, wie sie für die Sicken und die Gäste und jemanden, die nicht in ihrem kleinen Paradeus waren. Also ja, f*** sie. Ah, ok. Wegen diesem Walk in der Gasse. Was war das alles da vorhin? Er kam auf mich auf dem Rooftop und versuchte, einen Bisschen von mir auszulassen. Also habe ich die Arbeit gemacht. Was? Hast du ein Problem mit mir zu töten Geeken? Nein. Es war einfach so, dass du ihn auf ihn ein bisschen mehr, als du brauchst. Hey, du wirst nie wirklich wissen, wann diese Dinge tot sind. Ich war einfach sicher. Schau, willst du diese Batterie oder nicht? Zeit ist verbraucht. Stimmt. Warum hast du dich entschieden und selten? Warum hast du dich entschieden und selten? Ich sagte dir, ich erwarte ein Rooftop auf dem Boot, wenn dieser Hillbilly-Friend von dir rauf hat. Bist du sicher, dass das alles ist? Wolltest du mich weiter interagieren? Oder willst du die verdammte Batterie und rauskommen? Ich werde einen Blick auf ihn. Du machst das. Ich wollte doch nur ein bisschen Smalltalk betreiben. Okay, eine Bürotür. Was steht da? Achso. Also Lootler, äh, Looters. Ja, also quasi, äh, nicht Personal oder unbefugte werden sofort erschossen. Steuerung für Hebebühne. Ja, ist gut. Okay, wir gucken uns erst mal das an. Warnschild. Ah, Hydraulikschlauch. So, dahinter können wir nicht gehen. Hier, Auto. Ja, das Blöde ist halt das, äh, wenn du es falsch machst, mein lieber Lee. Äh, das Ding dann ausschlägt und alle... Oh, okay, ja, komm. Motorhaube, wir öffnen sie mal. Ist da eine Batterie drin? What the fuck? Motorhaube. I can see where the battery should be. But it's not. Perfect. Shit. Okay, dann müssen wir wohl die Hebebühne betätigen. No power. Alter. Scheiße. No power. No power. Na super. Sattelschlepper. Sattelschlepper. Ja, schaut so noch aus. Okay, Molly, vielleicht weiß sie, wo wir Strom herbekommen. Kann ich mit deinen Haken bohren? Ja, so kann man auch hochkommen. Okay. Scheiße. Whoa, whoa, whoa! Scheiße! Das wahrscheinlich nicht gut ist. Nein, dämpft! Ich versuche sie verschenge, erhebbe! Da ist die Batterie! Endlich geht's endlich. Ähm, was zuerst, was zuerst? Was ist denn das? Was ist das? Äh, wo ist ein Plus, wo ist ein Minus? Scheiße! Oder ist es Wayne? Oder nicht? Oder... Ja, dann das hier weg. Ja, ist gut. Ist egal welches. Okay. Scheiße. Ihh, Alter, lauf! Beweg deinen Arsch los. Oh, wo ist... Alter, hoch da. Na super. Hoch da, hoch da, hoch da. Okay. Okay, so, now we're on the roof. Do you ever stop complaining? Come on. Come on, what do you do? Chicken? Jump! Ich weiß nicht. Ich kann nicht. Hosen voll. I don't know, man. Los! Yeah! Like a boss! Boah, Molly ist mir echt ein Rätsel, ne? Come on. Later. Something I gotta do first. Catch you later. Wait, you've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! Dammit, what the hell is she doing? Boah, jetzt habe ich gerade gesagt, sie ist mir ein Rätsel. Ja, das bewahrheitet sich immer wieder. So, gut. Äh, ihr seid immer noch nicht drin. Ich glaube, es geht doch nicht so gut voran. Hey, was labern die denn? Oder warum kommen die da nicht rein? Oder sind die ein bisschen langsam? Oder keine Ahnung? Oder bauen? Oh, Mann, ey. Wo sind denn die anderen überhaupt? In irgendeinem Geräteschuppen. LOL! LOL! Ey, zu! Weg mit euch! Weg mit euch! Bam! Warum ist denn überhaupt... Ach ey, ist ja Wayne, ist ja Wayne. Oh, Mann, ey. Warum kann denn sowas passieren? Was ist ja Wayne, ich bin ein bisschen. Oh, Mann! Du bist zurück! Ja, und wir haben ganz gut gemacht. Großartig, Kenny. Wie geht's mit dem Fenster? Nicht so gut. Hier, lass euch eine Hand. Das hoffe ich auch. Gut, wir reden mal hier mit Bree. Bree? Hey Lee, danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich gemacht hätten. Kein Problem. Wir sind alle auf dem gleichen Team. Äh, du hast also den Krebs besiegt. Also, du bist ein Cancer-Survivor, wie Vernon und die anderen? Ja, ich wurde getestet, als ich in der Schule war. Und seitdem ich mich nicht behandelt habe. Nur, als ich angefangen habe, dachte ich, es könnte Hoffnung sein. Alles, was passiert. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich bin der einzige, der überlebt hat. Wunderbar, wie Dinge funktionieren, oder? Wie lange kennst du Vernon schon? Wegen Crawford. Ich muss dann mal wieder. Okay, wegen, äh, Vernon. Wie lange kennst du Vernon? Ein paar Jahre. Er war unsere Unterstützunggruppe. Er war wirklich groß, um mir zu Ende zu kommen, mit meiner Krankheit zu kommen. Aber wie kommst du zu Ende zu kommen, mit diesem? Mit einem Ort, wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich, oder die anderen Überlebenden, ohne Vernon. Er ist derjenige, der uns zusammen durfte. Er hat uns lebens. Wegen Crawford. Wegen Crawford. Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Zu viele, älteren Erinnerungen. Auch wenn ich hier zurückgekommen habe, gibt mir eine schlechte Gefühl. Auch jetzt, mit allen tot. Ich habe keine Sympathie, was mit diesen Leuten passiert. Die haben die Zähne und die Ältere. Auch Kinder. Die, die nicht zu können, sich zu retten, damit sie ihre eigene Haut schützen können. Was hier passiert, wie auch Crawford fallen, ich finde es poetische Justiz. Verdammt, Frau, das ist kalt. Das ist, wie ich fühle mich. Wenn du, was ich gesehen habe, dann fühlst du das gleiche. Ich bin ein bisschen beschäftigt hier, Lee. Vielleicht solltest du die Batterie bekommen oder die Medizin helfen. Okay. Ähm... Mit Clementine nochmal reden? Ich weiß nicht. Du bist okay, Clem? Ja. Wo ist Molly? Sie musste in der Luft gehen. Sie wird bald zurück. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich hart. Sie ist ziemlich hart. Sitz dich, okay? Ich muss ein paar Sachen umgehen. Okay. 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 Mit Kenny. Können wir da reden? Mit Kenny? Nein. Oh, wir können nicht mit Kenny reden. Ja, immer Skepsis, ne? Bei den neuen Leuten. Ja, wir haben ja mit Kenny angefangen. Auf der ersten Farm. Gut. Dann gucken wir mal wegen der Medizin. Wenn wir schon niemandem helfen können. Oh, die sind hier schön eingesperrt, ne? Blöden Kackgesichter. Oh, man. Das sind... Ihr macht die Scheiben dreckig. Was fällt euch ein? Yo, okay. Dann helfen wir mal bei den Medikamenten. Shit. Lol. Scheiße. Echt jetzt? Einen Weg freischießen? Shit. Bats. 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 Alle weg. Okay. Bats. 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 Du bist clergymanwär Andradas. Bats. War es so glücklich, dass sie die Preskriptioner Mede in diesem Undrat besteben haben. Stehen. Rot drauf. aufbrechen, können wir die Kombination erraten. Jo, okay, dann können wir uns hier auch umgucken. Da eine Tür, da eine Uhr. Funktioniert nicht. Okay, aber wir haben ja klar. Dokumente. Ja, das ist auch irgendwie ziemlich blöd, hier Safe-Kombinationen, aber naja, ist okay, okay. Ein Kopierer. Stimmt, das ist auch scheiße. Ein Bett. Noch ein Bett. Ein Cam... What the fuck, warum ist hier ein Camcorder? Ein Ultraschallbild. Von... Von... Von einer Schwangeren oder von irgendeinem gebrochenen Knochen? Nee, Ultraschall. Sonst müsste es ja ein Röntgen, äh, Bild sein, ne? Ja, dann war wohl wer schwanger. Blut. Das will wohl jeder wissen, Schubladen. Ja, man merkt schon, alle Charaktere sind schon ein bisschen abgehärtet von dem ganzen Blut und von den ganzen Sachen. Verbandskasten. Damn it! Okay, mit Christa kann man reden. Hey, Christa. Ja? Kommst du voran, wegen Clementine. Alles in Ordnung mit dir? Kommst du voran, wegen Clementine. Kommst du voran, wegen Clementine. Didn't seem any safer. What's that supposed to mean? No offense, Christa, but Omid's pretty sick. If he dies with Clementine alone in the house with... That is not gonna happen. Do you hear me? That is not going to happen. We're going to get these meds to Omid and he's going to be fine. He's going to be fine. You're right. I'm sorry. Kommst du voran? Are you making any progress with the safe? No. Without the combination, I don't know how we're going to get this damn thing open. If we don't get back to Omid with the medicine soon... It's okay. We'll figure it out. Look, Lee. I just want to get back to Omid. Let me do my thing, alright? Okay. Das ist aber ein bisschen komisch, als ich jetzt mit der geredet habe, warum der Timer runtergelaufen ist, obwohl es alles Fragen waren, die nicht irgendwie auf Antworten waren. Also Antworten auf Fragen meine ich, sondern einfach nur Aussagen, warum die mit dem Timer irgendwie... Weiß ich nicht. Naja, das soll es auch mal wieder für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge gucken wir uns den Camcorder an. Ich bin gespannt, was da drauf ist und wir versuchen vielleicht das Schloss wegzuballern. Okidok. Bis morgen. Ciao.